Motor zerstören Yeah! Aber sehr gerne! Haben wir hier irgendwelche Kabel, die wir greifen können? Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben! Ähm... Ich habe das Gefühl... Scheiße! Kabel! 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 Alter, ich brauche eine Skyline! Kabel! Hallo? Da ist die Skyline! Da ist die Skyline! Da ist die Skyline! Scheiße! Kabel! Was? Hä? Da ist doch noch gar nichts passiert! Da ist so... Bäh... Oh, wir sind runter von dem Ding! Vielen Dank Mädchen! Ich weiß nicht wie du mich gefunden hast, aber irgendwie... Merkwürdig alles! Los! In Ordnung! Jetzt! Bitte sehr! Wo will der hin? Ist das unsere oder deren? Ach, da geht's gar nicht... Warte mal, wo geht's denn da lang? Ja! Das war... Unglaublich! Los, Elisabeth! Suchen wir Daisy in der Fabrik! Ach, das mit dem Zeppelin war unglaublich! Ja, ja, ich bin schon ein Superheld! Äh... So halb zumindest! Ach, wie geil das hier aussieht einfach alles! So, wollen wir rein? Mädchen und Buben! Verlass Finken proper! Hier hält uns nix mehr! Die Fabrik! Fitzroy will blut sehen! Eins steht jedenfalls fest! Entweder sie oder Fink wird den Sonnenaufgang nicht mehr erleben! Muss ein bisschen schneller lesen jetzt, weil der Ladebildschirm mal so schnell weg ist! Alter, jetzt macht man nicht so'n Rumble hier! Ach, krass! Ach, krass! Hm, gar nicht mal so schlecht! Zwei reichen dann also schon! Ich dachte, weil wir so die Muni haben... Der sieht ja auch cool aus hier! Wie so wandelnder Mülleimer! So, Männer! Ihr müsst immer die Leichen durchsuchen! Vielleicht haben die was Wichtiges dabei! Das sieht aus wie aus einem anderen Computerspiel! Ich hab aber vergessen welches! Sieht aber auch extrem cool aus! Also, sie in dem Falle! Daisy sagte, sie kommt und holt sich Fink! Wir müssen mit dem Aufzug nach oben! Der fährt bestimmt in Finks Büro! Ja, ist denn schon Finksten? Ausrüstung betrachten! Tödliche Stöße! Die Reichweite von Nahkampfangriffen wird um drei Mal erhöht! Das lege ich sofort an! Schicke Hosen! Äh... Ach ja, Salze! Brenne, Fink! Brenne! Ein Finkgranulat! So, drei Lockpicks! Jetzt haben wir zwölf! Der feuerfeste Soldat! Und wir düsen nach oben! Komm! Gellwe! Nice! Dim 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 dim! Bäm! Hm. Hier wird also alles produziert, wie es aussieht. Wirklich alles. Fink hat ganz Columbia in der Hand mit seinen Produkten. Mein Gott, ich... Ich war so oft Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht... Das konntest du ja alles nicht ahnen. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht, aber... Das Telefon läutet Kato. Ähm... Hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker David starb für die Fox Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker David war ein Held. Einer von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Ich ahne etwas. Und auf einmal haben wir jetzt zwei Feinde. Wir schleißen hier rum! Auf in den Kahn! Ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Ich werde geschlachtet? Wo ist er? Ach! Ich mache die Dinge also kompliziert, ja? Ist der Lady nicht einfach genug, dass ich tot bin? Und wieder auferstanden. Wir sind zwischen die Fronten geraten. Mussten uns für eine Front entscheiden. Und letztendlich gegen beide kämpfen. Das war so klar. Was ist das denn? Das ist doch der Vogel. Das ist doch der Songbird. Voxophon. AlleinLOGH Audit. theatern- ... Alter! Wie viel Geld! Nice! Ähh.. Kann es sein, die Mischung zwischen Mensch und Maschine? Kann es sein, dass der.. Dass der Fink irgendwie Rapture gesehen hat? Das von hier aus gesehen ja so 40 Jahre in der Zukunft liegt, wenn ich mich recht entsinne. Wir sind ja in 1912 Ja das müssten 40 Jahre sein Wenn mich alles täuscht So und wir kriegen jetzt noch den So Press to wash away your enemies Hold to grab enemies And release to reel them in For punishment Oh, das gefällt mir auch ganz gut Man kann Gegner fortspülen, was natürlich Geil ist, wenn wir Abgründe haben, oder? Wenn das Funktioniert, kann man die über Abgründe spülen Rechte Maustaste um nahe Gegner von dir wegzuschleudern Halt und lasse rechte Maustaste los Öh, um Gegner zu ergreifen Und dann in der Nähe zu zerren, geil Gegner in der Luft erleiden größeren Schaden Das Probieren wir natürlich auch mal aus Aber jetzt erstmal Haarnadel mit erschlossen Das ist alles? Keine große Herausforderung Du bist super Fertig Dankeschön Der Fink Hat das so mit seinen Zahnrädchen und so, ne Aber ist ja Industrie alles Was? Was tust du Mädchen? Und was mit der Uhr? So, jaja Ich komm ja gleich, Booker kommt gleich Tesla Transformator Wat? Ok, was ist da oben? Was ist da oben? Was hast du da gesehen? Nein! Aufhören! Nein! Tötet die Hochstapler Und dann verbrennt ihre Leichen Die Schnauze Die Hochstapler Von wegen Hochsta... Au, oh, 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 oh So, was mach ich? Ob das ne gute Idee ist? Ob das ne gute Idee ist? Du bist tot! Jajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Die kamen jetzt eigentlich runter? Ach, gucke mal Ich bin gleich wieder da Papi macht ne Runde Ich kann mit dem Ding nicht so gut zielen, glaube ich Papa macht noch ne Runde Oh, apropos noch nicht so gut zielen, ah da ist der auch schäbig Ach braucht die eh nicht Wie kommt denn das Mädchen hier hoch? Ach nein Ich sollte nicht so viel Salze verschwenden Was? Das werden immer mehr statt weniger habe ich das Gefühl Jo Scheiße, ausgerechnet jetzt Uah Uah, was? Au, fuck it Huah 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 Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, das waren zu viele auf einmal Und gerade wollte noch nicht Was ist denn hier schon wieder? Und gerade wollte noch der Fernseher wieder ausgehen, also der Bildschirm, da musst du wieder anmachen Mittendrin So, öffne die Tür So, öffne die Tür So, öffne die Tür So, öffne die Tür